Du träumst schon lange davon, dein eigenes Buch rauszubringen. Du kannst es kaum erwarten, diesen Moment zu erleben, wann du dein eigenes Buch in deinen Händen hältst. Doch jedes Mal, wenn du darüber nachdenkst, dich an dein eigenes Buch ranzumachen, merkst du immer wieder, dass du eigentlich überhaupt keine Zeit und auch keine Energie hast, Seite für Seite, Wort für Wort zu schreiben. Du arbeitest jetzt schon stundenlang und fast jeden Tag in der Woche dass du am Abend nicht erschöpft nach Hause kommen möchtest und dich dann noch hinsetzen musst, um dein eigenes Buch zu schreiben. Du hast es auch schon einige Male probiert. Aber jedes Mal, wenn du dich an dein Buchprojekt ranzetzt, merkst du, dass alle Wörter, die du niederschreibst, eigentlich überhaupt keinen Sinn ergeben. Dir fehlt die Kreativität und auch die Fähigkeit, deine Gedanken so in Worte zu fassen, dass sie auch Sinn ergeben. Für dich ist es schwierig, einen Überblick zu behalten, denn du steckst so tief in der Materie deines Fachgebietes, dass du überhaupt nicht mehr das Unwichtige vom Wichtigen unterscheiden kannst. Es fällt dir schwer, überhaupt mit dem Schreiben zu beginnen, denn du hast keinen roten Faden vor dir, an dem du dich orientieren kannst. Wie beginnt man, ein Kapitel zu schreiben? Wie strukturiert man ein Buch überhaupt? Und wie bringt man einen roten Faden in das gesamte Buch? Das sind alles Fragen, mit denen du dich schon lange auseinandersetzt und deshalb dein eigenes Buchprojekt immer wieder zum Scheitern verurteilt ist. Doch trotzdem brennt dieser Traum noch immer in dir, dein eigenes Buch irgendwann einmal in den Händen zu halten. Ganz egal, welches Ziel du damit verfolgst. Ob es das Ziel ist, dass du mehr Kunden gewinnen möchtest, dass du als Experte auf deinem Gebiet wahrgenommen werden möchtest oder dir einfach einen persönlichen Traum erfüllen möchtest. Du möchtest rausgehen, andere Menschen inspirieren, motivieren, sie mit deinen Worten dazu bringen, ihr eigenes Leben zu verändern und das Leben tausender Menschen zu beeinflussen. Wenn auch immer dieser Traum wie eine kleine Flamme in dir brennt und du bei jedem Gedanken spürst, dass du diesen Traum nicht aufgeben möchtest, dann habe ich eine Lösung für dich. Mein Experten-Team und ich sehen uns mit dir gemeinsam deine Buchidee an. Wir analysieren das Potenzial deiner Buchidee, entwickeln mit dir eine erfolgreiche Buchstrategie, wenn wir feststellen, dass dein Buch Potenzial hat und dann schreiben wir dein Buch innerhalb von 6 bis 8 Wochen und bereiten es so vor, dass es fix fertig für die Veröffentlichung ist. Du brauchst dabei kein eigenes Wort zu schreiben, doch am Ende wird dein Buch so klingen, als hättest du Wort für Wort selbst für dein Buch geschrieben. Wir machen mit dir detaillierte Interviews, um dein Expertenwissen genau zu besprechen. Du bist am kompletten Prozess beteiligt, sodass am Ende auch das Ergebnis rauskommt, was du dir vorgestellt hast. Buche dir jetzt unter diesem Video dein persönliches Strategiegespräch mit unserem Experten-Team und wenn du irgendwelche Fragen oder Anmerkungen hast, gerne unter diesem Video.